Hallo, 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 Tata 5 und, ähm, Herr Kalleun und, Herr Kalleun, klar, was wünschen Sie? Ich brauche Tobedus. Sicher, was schwebt Ihnen denn vor? Tobedus. Ich brauche Tobedus. Ich brauche Tobedus. Nur Tobedus. Gut, dann bekommen Sie ein paar Ale in den Bauch Ihres Boots. Willkommen zurück, Herr Kalleun. Glückwunsch, gute Arbeit. So, was machen wir? Ja. Willkommen zurück, Herr Kalleun. Nimm Kurs wieder auf. Halbe Fahrt voraus. Maschinen stopp. Erreichen das Ende der Wegstrecke. Schiff in Sicht, Kurs 4, 0. So, jetzt machen wir da mal... Schiff in Sicht, Kurs 8, 4. Oh, schau, ist gerade so gut. So, dann kommen wir mal... Neuer Wegpunkt, Kurs 3, 5, 8. Nimm Kurs wieder auf. Neuer Wegpunkt, Kurs und 40, 1. Äußerste Fahrt voraus. Ruder, 0. Ruder, 0. Nimm Kurs wieder auf. U-Boot gesichtet. Kurs, 6, 0. Neuer Wegpunkt, Kurs und 20. Neuer Wegpunkt, Kurs, 13. Neuer Wegpunkt, Kurs und 30, 5. Neuer Wegpunkt, Kurs und 20, 6. Ruder, 5. Grad Backbord. Nimm Kurs wieder auf. Neuer Wegpunkt, Kurs, 3, 4, 1. Wir haben nicht genügend Wasser unter dem Kieler Kallein. Neuer Wegpunkt, Kurs und 40, 9. Neuer Wegpunkt, Kurs und 50, 7. Neuer Wegpunkt, Kurs und 50, 6. Ruder, 5. Grad Steuerbord. Nimm Kurs wieder auf. Neuer Wegpunkt, Kurs und 50, 6. Eskorte in Sicht. Kurs, 7, 3. U-Boot in Sicht. Das ist einer von uns. Kurs, 2, 9, 8. Wir haben nicht genügend Wasser unter dem Kieler Kallein. Schiff in Sicht. Kurs, 1, 6, 5. Eskorte in Sicht. Kurs, 3, 2, 6. Hätte ich mal wieder vernünftig rausgekommen? Ich bin Kurs und 50, 5. Das war's für heute. Eistrauch am Horizont. Kurs 1-9. Kampfverband in Sicht. Kurs 3-5-3. Kampfverband in Sicht. Kurs 3-4-6. Kampfverband in Sicht. Kurs 3-4-6. Kampfverband in Sicht. Kurs 3-4-6. Ziel erfasst. Tor, feuert. Eins. Neues Ziel wird erfasst. Tor, zwei. Los. Neues Ziel wird erfasst. Tor, drei. Los. Ziel erfasst. Tor, vier. Los. Neues Ziel wird erfasst. Ja, bitte. Der Geschütz besitzen. Druckkörper gerissen. Dieselantrieb nicht einsatzbereit. Maschinen, stopp. Druckkörper repariert. Rohr, eins. Bereit. Ja, bitte. Rohr, feiert. Eins. Ja, bitte. Ohr, zwei. Bereit. Neues Ziel wird erfasst. Rohr, zwei. Los. See youtsch. Hast du was. Schocken. Bullion. Notch. рав월wo. Pтесь, ich guckiensch rate. Abs. Vers. Wie sicher. je sie cha. Rohr 1, bereit! Neues Ziel wird erfasst! Rohr 1, los! Druckkörper beschädigt! Druckkörper repariert! Druckkörper repariert! Barsch! Rohr! Zwei! Bereit! Jawohl! Ziel erfasst! Neues Ziel wird erfasst! Rohr! Feuert! Zwei! Torpedotreffer! Druckkörper bescheidigt! Druckkörper repariert! Druckkörper bescheidigt! Druckkörper repariert! Druckkörper gerissen! Druckkörper repariert! Rohr! Drei! Bereit! Ziel erfasst! Rohr! Drei! Los! Äußerste Fahrt voraus! Torpedotreffer! Rohr! Vier! Bereit! Druckkörper gerissen! Dieselantrieb! Nicht ein Drei beschädigt! Rohr! Vier! Los! Druckkörper repariert! Druckkörper gerissen! Wassereinbruch unter Kontrolle! Dieselmaschinen repariert! Druckkörper repariert! Druckkörper repariert! Maschinen, stopp! Druckkörper! Druckkörper reparieren! Druckkörper repariert Druckkörper gerissen Seerohr beschädigt Druckkörper beschädigt Batterien beschädigt Druckkörper repariert Seerohr repariert Seerohr beschädigt Druckkörper beschädigt Druckkörper gerissen Druckkörper repariert Dieselantrieb nicht einsatzbereit Batterien beschädigt Seerohr repariert Seerohr repariert Batterien einsatzbereit Batterien einsatzbereit Druckkörper repariert Äußerste Fahrt voraus Druckkörper beschädigt Batterien beschädigt Druckkörper repariert Maschinen stopp Maschinen stopp Druckkörper gerissen Druckkörper repariert Druckkörper repariert Druckkörper repariert Druckkörper repariert Druckkörper repariert Unterwasserantrieb! Nicht einsatzbereit! Druckkörper gerissen! Druckkörper repariert! Druckkörper gerissen! Druckkörper gerissen! Seerohr beschädigt! Druckkörper beschädigt! Druckkörper repariert! Druckkörper repariert! Seerohr repariert! Batterien einsatzbereit! E-Maschinen repariert! Druckkörper gerissen! Druckkörper repariert! Druckkörper repariert! Druckkörper repariert! Druckkörper schwer beschädigt! Hauptpumpe ausgefallen! Seerohr beschädigt! Wassereinbruch! 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 Und damit geht mal wieder eine Folge! Natürlich ohne Erfolg vorbei! Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020